Hallo und herzlich willkommen hier in der Deutz-Fahr-Arena in Lauingen. Es freut uns sehr, Ihnen heute die neueste Generation der Serie 6 mit Power-Shift und RC-Shift-Getriebe vorstellen zu dürfen. Acht Modelle mit drei verschiedenen Radständen decken einen Leistungsbereich von 161 PS im 6.160 bis zu 230 PS im 6.230 ab. Zum ersten Mal erhalten Sie nun auch die neuen Warrior-Farben wie zum Beispiel Java Grün für die 6-Zylinder-Power-Shift- und RC-Shift-Versionen der Serie 6. Auch die neuen Modelle werden hier im Deutz-Fahr-Land, dem modernsten Traktorenwerk Europas, gefertigt. Dank der modernen Fertigungsanlagen wird dabei höchste Qualität sichergestellt. Die Charakteristik der bekannten und bewährten 6-Zylinder-Deutz-Stufe-5-Motoren wurde speziell auf die neuen Modelle der Serie 6 angepasst. Neben erhöhter Leistungs- und Drehmomentwerte wurde auch das Anfahrdrehmoment optimiert. Somit steht Ihnen nun bereits ab 1000 Motorumdrehungen annähernd das maximale Drehmoment zur Verfügung. Folglich sind die neuen Modelle der Serie 6 deutlich spritziger, die Gangwechsel reduzieren sich auf ein Minimum und Sie können bei der Arbeit die Motordrehzahl niedriger halten und dadurch Kraftstoff sparen. Im Zusammenspiel mit neuen Kraftstofftanks, welche nun bis zu 410 Liter Diesel fassen, können Sie auch an den längsten Einsatztagen durchgängig arbeiten. Wir wissen, wie wichtig Ihnen eine hohe Effizienz und maximale Zugleistung sind. Ein Garant hierfür sind die neuesten Versionen der Power-Shift- und RC-Shift-Getriebe der Serie 6 mit ihren 5 Gängen sowie 6 Lastschaltstufen. Je nach Modell und Ausstattung erreicht die Serie 6 50 kmh Maximalgeschwindigkeit mit nur 1447 Motorumdrehungen. Somit werden im Transport der Verbrauch sowie der Geräuschpegel minimiert. Daneben können alle Modelle für Spezialeinsätze wie zum Beispiel an einem Steinbrecher oder für Arbeiten auf einem Gemüsebetrieb mit einem Kriechganggetriebe ausgestattet werden. Dieses ermöglicht Geschwindigkeiten ab 370 m pro Stunde bei Nenndrehzahl. Lassen Sie uns nun aber die verschiedenen Getriebe im Detail genauer anschauen. Einfachste Bedienung bieten Ihnen die Modelle mit Power-Shift-Getriebe, welche ab sofort neben der Komfortkupplung auch mit einer APS-Funktion ausgestattet werden können. Die APS-Funktion schaltet die 6 Lastschaltstufen ohne manuelles Zutun. Ideal nicht nur im Transport, sondern auch bei der Arbeit im Feld. Möchten Sie ganz auf den Schalthebel verzichten, sind die RC-Shift-Modelle der Serie 6 die richtige Wahl für Sie. Diese schalten die Gänge elektrohydraulisch und bieten Ihnen drei Fahrmodi. Im manuellen Modus haben Sie die volle Kontrolle über Gänge und Lastschaltstufen. Im Semi-Auto-Modus schalten Sie die Gänge und der Traktor schaltet automatisch die Lastschaltstufen. Perfekt für die primäre Bodenbearbeitung. Daneben ist der Auto-Modus die richtige Wahl für alle Transportaufgaben, da in diesem die Serie 6 die Gänge und Lastschaltstufen vollautomatisch schaltet. In Verbindung mit der Stop-and-Go-Funktion können Sie dann Ihre neue Serie 6 wie einen Automatik-Pkw fahren, ganz ohne die Inanspruchnahme des Kupplungspedals. Daneben beinhalten die RC-Shift-Modelle eine Tempomat-Funktion, welche es Ihnen ermöglicht, auf Knopfdruck eine gewünschte Geschwindigkeit anzufahren. Auf Wunsch können die Modelle 6-210 und 6-230 mit den bewährten trockenen Scheibenbremsen ausgestattet werden. Neben optimierter Bremsleistung erhalten Sie auch eine höhere Nutzlast, da das zulässige Gesamtgewicht bei Maximalgeschwindigkeit um eine Tonne auf nun 13,5 Tonnen erhöht wurde. Dank einer neuen Sensorkinematik konnten die Federungseigenschaften der intelligenten Vorderachsfederung aller Modelle optimiert werden. Somit profitieren Sie nicht nur von einem erhöhten Komfort, sondern auch von einer verbesserten Traktion. Der Front am Bau der neuen Modelle der Serie 6 lässt sich optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Neben verschiedener Ballastierungen steht nun auch ein zusätzlicher Efficient-Frontkraftheber zur Verfügung. Dieser erreicht eine Hubkraft von 3.800 kg und eignet sich perfekt zur Aufnahme von Gewichten sowie mittelschwerer Anbaugeräte. Für schwere Anbaugeräte bieten wir Ihnen zudem den Standard-Frontkraftheber mit bis zu 5.450 kg Hubkraft an. Für diesen ist auch die Dual-Speed-Front-Zapfelle lieferbar, welche Ihnen zwei Drehzahlen bietet und somit perfekt auch mit den Eco-Hack-Zapfwellen-Drehzahlen genutzt werden kann. Das bedeutet maximale Effizienz bei gleichzeitig niedrigem Kraftstoffverbrauch. Fokussieren wir uns nun auf den Heckkraftheber, die Zapfwelle und die Hydraulikanlage. Mit 9,7 Tonnen Heckhubkraft bewältigen die neuen Modelle der Serie 6 spielerisch auch schwere und anspruchsvolle Anbaugeräte. Dank vier Zapfwellen-Drehzahlen arbeiten Sie immer im optimalen Drehzahlbereich. Je nach Ihren Bedürfnissen können die neuen Modelle mit einer optionalen Load-Sensing-Hydraulik mit 160 Liter Förderleistung pro Minute sowie verschiedenen Optionen der Zusatzsteuergeräte geordert werden. Mit der MaxiVision-Kabine erhalten Sie maximal vier mechanische Zusatzsteuergeräte im Heck. Die Ausstattung ist ideal für all diejenigen, welche die unkomplizierte Bedienung mechanischer Zusatzsteuergeräte schätzen. MaxiVision ist verfügbar für Modelle mit Power-Shift- und RC-Shift-Getriebe. Daneben ist auch die MaxiVision Pro-Kabine lieferbar. Hier erhalten Sie bis zu fünf elektrische Zusatzsteuergeräte im Heck. Dank der vollen Konfigurabilität ist diese Ausstattung ideal für all diejenigen, welche überwiegend mit ISO-Bus und Spurführung arbeiten. MaxiVision Pro ist ausschließlich für Modelle mit RC-Shift-Getriebe lieferbar. Wenn Sie eine einfache Bedienung mit dem Plus an Komfort bevorzugen, haben wir nun mit der neuen MaxiVision Plus-Kabine genau die richtige Ausstattung für Sie. Erstmalig bieten wir Ihnen für die Serie 6 im Heck eine Kombination aus zwei mechanischen sowie zwei elektrischen Zusatzsteuergeräten an. Somit profitieren Sie zum einen von der unkomplizierten Bedienung mechanischer Zusatzsteuergeräte und zum anderen von hohem Komfort elektrischer. MaxiVision Plus ist verfügbar für alle Modelle mit Power-Shift- und RC-Shift-Getriebe. Zusätzlich können zu jeder Ausstattung elektrische Zwischenaktsteuergeräte für den Frontkraftheber sowie ein Zusatzsteuergerät in der Front hinzugefügt werden. Für die neuen Modelle der Serie 6 haben wir die MaxiVision Kabinen noch weiter verbessert. Noch während Sie die Kabinen betreten, fallen Ihnen die neuen X-Large Vision Rückspiegel auf. Dank einer zu 65% größeren Spiegelfläche haben Sie den rückwärtigen Verkehr immer bestens im Blick. Einmal Platz genommen werden Ihnen auch das neue Lenkrad, die neuen grafischen Oberflächen sowie die Kühlbox auffallen, welche Ihre Getränke und Snacks auch an heißen Tagen kühl hält. Besten Ton mit satten Bessen bietet Ihnen das nun verfügbare 4.1 Premium Soundsystem inklusive Subwoofer. In Verbindung mit dem DAB Plus Radio, welche serienmäßig auch eine Freisprechfunktion enthält, können Sie über Bluetooth Ihre Lieblingssongs direkt von Ihrem Smartphone aus abspielen. Und dank den zwei USB-Ladebuchsen bleiben Ihre mobilen Geräte den ganzen Tag übereinsatzfähig. Die Klimaanlage hat jetzt zwei zusätzliche Düsen und ein verbessertes Filtersystem für maximale Luftmenge bei gleichzeitig leiserem Betrieb. Die 23 LED-Arbeitsscheinwerfer zusammen mit den LED-Fahrscheinwerfern beleuchten den Bereich rund um die Serie 6 extrem weit und hell aus. Somit bleiben Sie auch zu später Stunde voll konzentriert. Und nach abgeschlossener Arbeit können Sie dank der Coming-Home-Funktion den Abstellplatz Ihrer neuen Serie 6 sicher verlassen. Dank der neuesten Technologien für Spurführung und Telemetrie erreichen Sie mit der neuen Serie 6 maximale Präzision und Effizienz an langen Arbeitstagen. Dabei unterstützt Sie auch die Autoturn-Funktion, welche den Traktor am Vorgewende vollautomatisch und ohne manuelles Zutun wendet. Die dafür benötigte präzise und zuverlässige Positionierung wird mit dem neuen SR20-Empfänger sichergestellt. Dieser empfängt verschiedenste Satellitensysteme, darunter auch das neue europäische Galileo-Satellitensystem. Daneben wechselt das neue Modem zur Nutzung von RTK N-Trip immer in das lokal bestverfügbare Mobilfunknetz. Auch für die neuen Modelle der Serie 6 ist das SDR-Flot-Management verfügbar. Mit diesem können Sie maschinenspezifische Daten in Echtzeit empfangen, dadurch den Traktor analysieren, überwachen und Einsätze optimieren. Zudem beinhaltet es einen Fernzugriff, um im Bedarfsfall sofortige Unterstützung durch den Händler zu erhalten. Es ermöglicht auch die Nutzung der AG-Router-Datenaustauschplattform. Die Austauschplattform transportiert die Daten zuverlässig vom iMonitor zum gewünschten Endpunkt, wie zum Beispiel ein FMIS, und vereinfacht damit Ihre Arbeitsprozesse. Da der iMonitor eine Vielzahl an Funktionen zeitgleich darstellen kann, gibt es zudem die Möglichkeit, den Bildschirm flexibel mit einem Tablet zu erweitern. Dank Extent wird dieses mit dem iMonitor verbunden und ist anschließend in der Lage, die Spurführung oder ein Isobus Universal Terminal anzuzeigen. Somit kann man zum Beispiel mit dem iMonitor die Spurführung verwenden und das automatische Schalten der bis zu 200 Teilbreiten überwachen, während man am Tablet das Isobus Universal Terminal darstellt. Da das Tablet kabellos mit dem iMonitor verbunden ist, können Sie es zudem bequem von außerhalb der Kabine bedienen, um direkt am Anbaugerät Einstellungen vorzunehmen. Weitere Informationen zum Thema Isobus und Extent finden Sie unter deutzfahr.com Während der Entwicklung der neuen Modelle der Serie 6 wurde besonderes Augenmerk auf beste Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit gelegt. Mit langen 1000 Stunden Motorölwechselintervallen reduzieren sich der Wartungsaufwand und die Betriebskosten. Die verbauten Hochleistungsluftfilter können für maximale Standzeit mit einem Zyklonvorabscheider ausgestattet werden. Dieser scheidet 95 Prozent der Grobpartikel im Voraus ab. Und der Kühlwasserstand kann nun komfortabler von der Seite aus überprüft werden. Im Auftritt haben wir einen Druckluftanschuss integriert, mit welchem Sie die Kabine und die Kühler reinigen können. Das bewährte Kühlpaket aus Aluminium lässt sich hierzu mit nur einem einzigen Hebel öffnen. Die zur Reinigung benötigte Druckluftpistole samt Schlauch kann komfortabel im zusätzlichen Werkzeugkasten oberhalb des Tanks gelagert werden. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich eine zweite Werkzeugkiste. Zudem gut geschützt hinter einer Abdeckung ein Überbrückungspol. Je nach Ihren Anforderungen können die neuen Modelle der Serie 6 mit einem hydraulischen, einem pneumatischen oder einer Kombination aus beiden Anhängebremssystemen ausgestattet werden. Das hydraulische Bremssystem bietet eine Dual-Mode-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, neue und alte Anhänger anzuschließen. Für noch mehr Sicherheit und Komfort im Transport können zudem die Sechszylinder-Modelle mit einer Motorbremse ausgestattet werden. Für alle Modelle der Serie 6 bieten wir Ihnen ab Werk nun auch Kommunalbereifung an. Längere Lebensdauer, höherer Komfort und ein geringerer Rollwiderstand machen diese Reifen zur bevorzugten Wahl für Lohnunternehmer und Kommunen, die überwiegend im Transport und auf der Straße arbeiten. Die Vierzylinder-Modelle 6160.4 und 6170.4 bieten wir Ihnen erstmalig auch in der exklusiven Black Warrior Ausführung an. Dank der niedrigen Verbräuche im Teillastbereich und dem verbauten 300 Liter Kraftstofftank können Sie lange arbeiten ohne nachzutanken. Zudem punkten die Vierzylinder-Versionen mit einem um 225 mm kürzeren Radstand und dadurch einer erhöhten Wendigkeit, ideal in beengten Verhältnissen sowie bei Arbeiten mit dem Frontlader. Neben den Vierzylinder-Modellen können ab sofort auch alle Sechszylinder-Modelle mit der vollintegrierten Frontlader-Vorbereitung Ready-Kit ab Werk geordert werden. Die Modelle mit RC-Schiffgetriebe und Maxi Vision Plus Kabine bieten Ihnen dann die Möglichkeit, den Fahrtrichtungswechsel komfortabel auch am Frontlader-Kreuzhebel durchzuführen. In Verbindung mit der Easy-Steer-Schnelllenkung und dem einstellbaren Power Shuttle werden schnellste Ladezyklinge erreicht. Zusammen mit den Profi-Line Frontladern der neuesten Generation erhalten Sie leistungsstarke Frontladertraktoren. Mit Aushubhöhen von bis zu 4,60 m sowie einer Ausbrechkraft von bis zu 4.900 dkN werden Sie von der Schlagkraft und Leistungsfähigkeit begeistert sein. Sie sehen, die neuen Modelle der Serie 6 mit Power Shift und RC-Schiffgetriebe sind wahre Multitalente und bieten Ihnen für jede Aufgabe den besten Technologie-Mix. Kompakt und leistungsstark sind die Vierzylindermodelle 660.4 und 670.4, welche durch den kurzen Radstand maximale Wendigkeit aufweisen. In Kombination mit der optionalen Load-Sensing-Hydraulikanlage eignen Sie sich ideal für den Einsatz mit dem Frontlader. Daneben bestechen die Sechszylindermaschinen 6160 bis 6190 durch ihre Vielseitigkeit. Dank dem perfekten Verhältnis von Leistung und Größe sind Sie außerordentlich wendig und eignen sich zu gleichen Teilen für die schwere Bodenbearbeitung sowie das Grünland. Die Modelle 62010 und 62030 sind wahre Leistungspakete und bereit für jede schwierige und herausfordernde Aufgabe. Im Zusammenspiel mit der intelligenten Vorderachsfederung sorgt der lange Radstand für ein perfektes Fahrverhalten. Hergestellt im Deutzfahrland in Lauingen vereint alle Modelle die herausragende Qualität und innovative deutsche Technik. Für zusätzliche Informationen besuchen Sie deutzfahr.com und wenden Sie sich an Ihren Deutzfahr-Händler vor Ort, um noch mehr zu erfahren und eine Vorführung zu vereinbaren. Pure Power – die neue Serie 6 von Deutzfahr. Ruhe zur Verfügung Untertitelung des ZDF, 2020